Ja hallo hier ist wieder Klaus und Klaus spielt wieder ein Sudoku. Ich schaue mal in die Statistik. Immer noch 42 Minuten im Durchschnitt bei 97 Spielen. Und ja bei den Punkten komme ich auch nicht viel weiter. Level 19. Wir müssen bald auf Level 20 kommen. Ok starten wir mal ein neues Spiel. Mittel und weg. Jetzt kommt erstmal die Werbung. Brauchen wir nicht. Sieht zwar schön aus, aber Ratten will ich nicht haben. So das ist also die Tagesaufgabe. Wir haben die Einsen. Der kommt also in der Einsen. Und der kommt auch in der Einsen. Und das heißt also, dass der auch in der Einsen kommt. Und äh, dann kommt da ein Einsen. Wie heißt es denn? Im ersten Durchgang, im ersten Spielbereich, alle geschafft. Kaum zu glauben. Nummer zwei. Ja, Nummer zwei. Da kommen die zwei hin. Und der auch. Und der kommt dann ins Bein. Da. Und ähm. Und der kommt dann ins Bein. Da. Und dann kommt äh. Die zwei wieder weg. Ach scheiße. Wieder vertan hier. So. Die zwei wieder weg. Und da kommt dann der richtige zwei hin. Ja. Ja. Zweite Runde. Erstaunlicherweise. Äh. Und so. Da geht dann doch eine zwei hin. Und dann kommt dann eine zwei hin. Ist es denn zu glauben? Ja. Ja. Jetzt haben wir alle zwei und alle anderen. Und das sind zwei im ersten Versuch. Unglaublich. Jetzt haben wir die drei. Die drei haben. Da kommt eine drei hin. Ja. Da kommt eine drei hin. Und ähm. Und ähm. Und da kommt dann eine hin. Und ähm. Und da kommt dann eine hin. Ja. Und da. Und da kommt dann auch eine drei hin. Und dann können wir die wieder wegmachen. Dann bleibt nur noch die drei aus. Ja. Ja. Das wäre mir vorher so. Ohne. Ohne das nicht aufgefallen. Dann kommt der eine drei hin. Ohne Kandidaten hätte ich das übersehen. Ja. 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 Durch die Kandidaten wird man immer routinierter. Okay. Vier. Was geht los mit der vier? Also da kommen die vier hin. Und da auch. Nee. Ich weiß es geht es in. Ja. Wie kommt die vier hin. Und er kommt da eine vier hin. Ja. Ja. Und ähm. Und dahin kommt die vier hin. Da kommt eine 4 hin und dann kommt da eine 4 und da auch eine 4 und dann da unten kommt und dann eine 4 und da oben kommt dann eine 4 hin und da oben kommt dann eine 4 hin und zwar eine richtige Tja, das war es, das war es erstmal die 5, da kommt dann eine 5 hin und dann kommt dann deine 5 hin und dann kommt dann eine 5 hin und dann kommt dann da drüben irgendwas, ok weiter mal 6, also da kommt die 6 hin und dann kommt dann eine 16 und da kommt dann eine 16, jetzt läuft der wieder gut hier und da kommt auch noch die 16, dann haben wir die 6 hier auch schon, 1, 2, 1, 2 und 6. Ok, was sagen die 7, wo ist die 7, ich sehe keine 7, ich habe keine 7, aber jetzt habe ich eine 7, da habe ich also eine 7, eine 7 bisher nur, da können wir dann nicht viel machen. Das heißt also, die 7 muss da oder da sein. Und die 7 ist da oder da? Okay, die 8. Also die ersten Zellen gehen gut und die schlechten, die letzten gehen nicht gut, eher achta. Also da kommt nach den Dau. Und das heißt also, dass da Nacht muss dann sein. Genau. Da oben nicht und da unten auch nicht. Da kommt nur neun hin. Und dann kommt da eine Kandidatin und da auch ein Kandidat. Also drei Kandidaten und die Nona. Ja, das heißt, die Nona, da kommt nur neun und da kommt auch neun hin. Und das heißt also, dass da nur neun kommt und da auch neun hin. Ja gut, das war jetzt erstmal, oder? Da kommt ne neun hin und zwar ne richtige. Jetzt habe ich hier auch zwei Fehler und dann neun hin. Ja gut, das war's jetzt mal. Das war's jetzt mal. Das war's jetzt mal. Okay, weiter. Zweite Runde. Die Einser haben wir. Zweier haben wir auch. Zweier haben wir auch. Dreier auch. Einen Dreier nicht. Der Dreier hat sich da irgendwas verändert. Ja, momentan tut er auf der hinten und auf der Seite da oben. Da kommt eine Dreier hin, oder? Da kommt da eine Dreier hin. Und dann kommt da eine Dreier hin. Und die können wir wegmachen. Okay, damit haben wir die Dreier auch alle, oder? Da unten auch, da tut sich nix. Bei den Fünfern. Ja. Bei den Fünfern. Bei den Fünfern tut sich auch nichts. Da unten habe ich drei Stück, ja. Okay, bei den Sechsen. Haben wir nichts. Bei den Siebnen. Sowieso nicht, oder? Der kommt in den Sieben hin. Dann warte ich in den Sieben. Und dann warte ich da mal noch. Eine Sieben. Tja, was fehlt in deiner Reihe noch, da in der Zelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da fehlt die 8, zu der 8 komme ich ja sowieso, da fehlt also die 8, die 7 hatten wir gerade, und bei der 7 geht nichts mehr, oder, ich denke schon so, sind wir bei der 8, also die 8 muss dahin, und dahin, jetzt haben wir da 5 und 8, 5 und 8, und da oben, da kommt ein 8 hin, so, und dann kommt er auch ein 8 hin, jetzt haben wir da 2 8, und dann kommen wir da hinten, eine reinmachen, so, dann haben wir da 2 8, und dann können wir da eine 8 hinmachen, und die können wir weg tun, die 8 hinmachen, jetzt haben wir also, haben wir da auch 2 8 hinmachen, 1 2 Ja, die Nöne. Ja, bei den 9-9 tut sich nichts. Oder sehe ich das verkehrt hier? Naja, nichts zu machen bei den 9-9. Und 3. Runde 1, 2, 3, 4. Und 5. 5 ist vielleicht die Schwachstelle, die man knacken kann. Was kommt denn da hin? Das sind 2 Stück. 1, 2, 3, 4. Und da fehlt die 5. 6, 5 und 7. Und ja, wahrscheinlich auch die 7. Nein, da kommt keine 7 hin. Da kommt, da ist ja schon eine 7. Dann heißt das, dass man die 5 hin muss. Und da kommt dann die 7 hin. Ja, gut. Dann haben wir also bei den 7 hin. Dann 2 neue. Und da. Da haben wir 2 neue. Und da oben kommt dann die 7 hin. Und die richtige. Und dann kommt da eine hin. Dann können wir die wegnehmen. Und da unten kommt dann die 7 hin. Und die 7 hin. Und die 8 hin. Ja. Ich habe noch mal sechsmalen, fünf hatten wir, dass wir die fünf, fünf, fünfmalen. Und wir schauen uns, dass wir die fünf, fünf, fünfmalen. hier. Ja, da können wir die fünf weg machen, da kommt die neun hin. Da kommt da unten der neun. Und da kommt der neun. Und da kommt der neun hin. Ja gut, dann können wir die weg machen. Und die können wir auch weg machen. Also bei sechs hätten wir. Bei sieben, sieben haben wir durch. Acht haben wir auch bald durch. Acht haben wir. Acht haben wir da unten noch Probleme. Da kommt die acht hin. Und da kommt eine acht. Da kommt der acht. Damit haben wir die acht alle. Die können wir mal löschen. Und die können wir auch löschen. Da kommt da eine fünf hin. Und da kommt auch eine fünf hin. Und da kommt eine hin. Ja super. So gefällt mir das. Die sechs. Die sieben. Die sieben. Die acht. Die neun. Was war mit der vier. Da kommt eine vier hin. Und da kommt auch eine vier hin. Und da ist was. Ne, da oben fehlt noch was. Eins, zwei, drei, drei, vier, fünf. Wir gucken die sechs hin da oben. Da kommt dann die sechs hin. Jetzt haben wir sie. Also ich schafft. Hurra, hurra, hurra. In DuPolzeit. Nächstes Level habe ich erreicht. Level 20. Das ist ein voller Erfolg. Kalte Minuten. Ne, 20 Minuten.